Wie fühlt sich das jetzt an? Ich habe jetzt Naturschutz betrieben. Ich war als Kind schon sehr oft in der Natur gewesen, schon als 4- oder 5-Jähriger. Einfach Tiere beobachtet, immer unterwegs gewesen im Wald. Die Jagd und vor allem Jägerinnen werden oft und viel kritisiert. Ich schaue mir das heute mal genauer an und herausfinden, was davon berechtigt ist. Kritik Nummer 1. Jägerinnen und Jäger haben Lust am Töten. Lust am Töten nicht. Ich habe Lust daran, mir selber mein Essen zu besorgen. Leider Gottes ist das Töten Teil davon. Der Moment, wenn du dann siehst, getroffen, tot, ist das? Erleichterung. Das Tier ist sofort gestorben und man hat kein Leiden verursacht. Aber du könntest ja auch in den Supermarkt gehen und da Fleisch kaufen. Man weiß ja gar nicht mehr, was man da überhaupt kauft, wo es herkommt, wie viel Wasser da eventuell noch in das Fleisch reingespritzt wurde. Jagd ist auch ein Handwerk und es geht ja auch nicht nur um dieses Schießen. Wenn man dann wirklich so als Jäger in den Wald geht, man achtet auf viel mehr. Man achtet auf den Boden, sind da Spuren, die Bäume werden ganz anders begutachtet. Und wenn man dann sitzt, von wegen ruhiger Wald ist da gar nicht. Also da ist richtig Action. Kritik Nummer 2. Jäger quälen Tiere. Wenn ich den Finger krumm mache an der Waffe, muss ich mit 1000% sicher sein, dass das Geschoss auch dahin geht, wo es hingehen soll. Weil ich habe eine Verantwortung. Ich habe ein Handwerkszeug in der Hand, was unglaublich gefährlich ist. Es gibt eine Studie aus Hessen über Drückjagd, wonach zwei von drei Tieren, die da angeschossen wurden, gar nicht direkt tot waren. Das muss man einfach üben. Weil wenn man das nicht übt, man ist aufgeregt, man ist nervös. Und dadurch kommen denn diese Statistiken zustande. Kritik Nummer 3. Die Treffsicherheit wird in den meisten Bundesländern, wenn man einmal einen Jagdtein gemacht hat, nie wieder kontrolliert. Super Schuss. Weit mal sein. Der ist tot. Was würdest du fordern? Einen Schießnachweis. Das wäre eigentlich das Ideale. Damit auch wirklich im Wald alles glatt läuft, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Waffe nicht funktioniert und das Tier eventuell dann noch krank geschossen wird. Ich appelliere jedem Jäger jedes Jahr mindestens ein, zwei Mal auf den Schießstand gehen. Kritik Nummer 4. Jägerinnen zerstören Familien und Sozialstrukturen der Tiere. Und auf die kannst du aber jetzt nicht schießen. Nein. Weil? Weil das eine Recker mit Kids ist. Also Mama mit Kind. Genau. Wenn die Jagd komplett abgeschafft wurde, würden wahrscheinlich viele Bauern pleite gehen, viele Familienbetriebe. Ja, das Problem ist, wie Michi schon sagt, der Wildbestand wurde extrem hochschnellen. Und bei anderen Wildarten, wie Hase, Kaninchen, Fasanen, würde der komplett einbrechen. Dann würde es irgendwann nur noch bestimmte Tierarten und Massen geben und die anderen Tierarten nur noch vom Ausstellen mit Rotseil. Das wurde frisch erlegt am Wochenende, das Reh. Dieses Jahr haben wir gesagt, werden wir den alten Bock aus dem Revier rausnehmen, damit auch mal ein junger Bock die Chance hat, sich zu vermehren. Weil sonst ist es ja irgendwann Umzucht, wenn ein Bock jedes Jahr die ganzen Mädels, sag ich mal, bekommt. Aber ist das nicht auch Natur? Wolf zum Beispiel, Luchs, Bär. Die haben sich dann halt die Älteren geholt oder halt kranke Jüngere. Das Problem ist, diese Struktur haben wir nicht mehr, weil wir zu dicht besiedelt sind. Da müssen wir dann als Menschen dann halt eingreifen. Das heißt, du sagst, du bist als Jägerin eigentlich dafür da, wieder natürliche Verhältnisse herzustellen? Ja, da würden jetzt einige auf die Barrikanen gehen mit Sicherheit, die gegen die Jagd sind, aber im Summa summarum ist es genau das. Kritik Nummer 5, Jagd ist vor allem wirtschaftlich motiviert. Ich schieße so im Schnitt so 100 bis 150 Stück Schalenwild und dennoch mal das gleiche an Raubwild und Nutrias. Wie viel verdienst du daran? Wenn man das umrechnet, gar nichts. Die machen es ja nicht gewerblich. Das ist ja unsere Passion. Wir verkaufen ja das, was wir nicht verwerten selber. Das Problem ist, die jungen Leute wollen lieber mehr Fertigzeug haben, also das heißt Bratwurst, Wiener, Bockwurst und Salami. Wo man das nicht mehr erkennt, dass es mal so ein Tier war. Ja. Zu sagen, ey, das hab ich erlegt, da kann man dann schon ein bisschen stolz auf einen sein. Also ich fand besonders überraschend, wie stark die Nachfrage nach Wildfleisch zugenommen hat in den letzten Jahren. Wie ist das bei euch? Schmeckt ihr da einen Unterschied oder esst ihr überhaupt gar kein Fleisch? Vielleicht auch einfach kein Wild? Schreibt's mir mal in die Kommentare und abonniert natürlich Deutschland3000 direkt, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Wir haben ja zum Beispiel auch schon mal eins gemacht über Förster. Da war ich auch im Wald, aber hab mich nicht mit den Tieren, sondern den Pflanzen da auseinandergesetzt. Und das fand ich auch mega spannend, was das wirtschaftlich in ganz Deutschland so ausmacht.